Musik 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 Venus spielt in unserem Alltag eine grosse Rolle. Einerseits innerhalb der Beziehung und andererseits grundsätzlich um das Thema Liebe. Die Venus wechselt jetzt ins Zeichen Zwilling. Das heisst, unsere Beziehung, aber auch die Liebe grundsätzlich, braucht neuen Wind, frische Luft. Nicht oberflächlich oder viele oberflächliche Aktivitäten machen, sondern viel mehr gute Ideen in Beziehung bringen, viel reden, austauschen, aktiv bleiben. Ehrlich bleiben miteinander, das bringt den ganzen Wind in Beziehungen, was viele Stagnationen oder Flauten innerhalb der Beziehung lösen kann. Der Neumond im Wider, den wir auch nächste Woche haben, der sagt uns oder der mahnt uns daran, dass wir überall dort, wo wir es im Moment gut haben oder wo wir das Gefühl haben, dass alles gut läuft, dass wir dort den Kurs behalten und dranbleiben, damit wir nicht irgendwo noch in ein Risiko eingehen, das nicht nötig ist. In diesem Sinne also eine Woche, in der es darum geht, die Liebe zu aktivieren, neuen Wind zu bringen und auf der anderen Seite auf Kurs zu bleiben. Eine inspirierende und anregende Woche. Das HW Babycenter Bad Ragaz. Auf Sie warten über 70'000 Artikel auf 2'500 Quadratmeter rund ums Baby und werden die Mammis. Über 300 Kinderwagen, komplette Kinderzimmer, Mode fürs Mami und das Kind, Spielsachen, Autositz und und und. Einfaches Paradies für Ihres Familienglück. HW Babycenter. Autobahnausfahrt Bad Ragaz Nord.